Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge bzw. zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr schon richtig seht, werde ich hier jetzt die EM tippen. Und ich werde auch direkt loslegen, weil ich das Video auch noch hochladen muss. Gruppe A haben wir Schweiz, Türkei, Wales und Italien. Ich bin so einer, ich möchte jetzt mal ein paar Überraschungen machen. Deswegen würde ich die Türkei auf die 1 setzen. Die Italiener auf die 2, Schweiz 3 und Wales 4. Weil Leute, ey, die Türkei ist so unfassbar, man kann die sogar noch verschieben, okay. Weil die Türkei ist halt unfassbar gut, es ist einfach nur Wahnsinn, wie gut die sind. Ich denke, die kommen wirklich auf die 1. Dann gehen wir in Gruppe B weiter, natürlich Belgien auf Platz 1. Dann denke ich, die Russen machen es auf 2, Dänemark und Finnland auf 3 und 4. Weil ich einfach denke, Russland, die sind eigentlich schon stark, die haben ein gutes Team, so ist es nicht. Gruppe C, ganz klar die Niederländer, dann kommen die Österreicher, Ukraine, Nordmazedonien. Ähm, Niederländer, einfach unfassbar starkes Team, auch Österreich mit zum Beispiel einem David Alaba. Ähm, mehr Spieler fallen mir jetzt auch gerade nicht ein, aber es gibt auf jeden Fall richtig gute Spieler, haben die. Dann noch Holland mit Depay, mit, ah, es sind viel zu viele, die kann man alle nicht aufzählen. Dann Weindal, wenn der, glaube ich, spielt, ich weiß nicht ganz genau. Dann De Jong, äh, Wijnaldum, das ist einfach nur Wahnsinn. Dann die Ukraine auf 3 und eben Nordmazedonien auf 4. Gruppe D. Ha, ist schwierig. Also, das denke ich schon mal so auf jeden Fall, dass Tschechien auf 3 kommt, Schottland auf 4. Hier ist es schwierig, ich setze die Engländer auf die 1, weil England, Sancho, Bellingham, sind schon 2 von Dortmund, die unfassbar gut sind. Kane, Dele Alli ist dabei, glaube ich, Maguire, Dean Henderson. Das ist einfach nur Wahnsinn, was die auf dem Team haben. Luke Shaw, äh, Trent, Wan-Bissaka, das ist einfach nur Wahnsinn. Also, die haben auch echt gute Chancen, um den Titel zu kämpfen, ne. Dann Gruppe E. Ja, muss man auch nicht lange überlegen, dass es so aussehen wird. Spanien auf der 1. Dann die Polen auf der 2 mit Lewandowski, mit Zielinski, mit Milik, mit Fabianski, mit Helik wahrscheinlich, der ein Team of the Season bekommen hat aus der 2. Liga. Wird auch mal interessant. Dann eben die Schweden auf 3 mit Ibrahimovic und Slowakia auf 4. Ja, und Leute, ich bin's, ich komme zwar aus Deutschland, aber ich muss es leider tun. Es tut mir halt leid. Deutschland wird nicht in dieser Gruppe als 1. oder 2. weiterkommen. Frankreich ganz klar auf 1, Portugal auf 2 mit Ronaldo, Frankreich mit Mbappé, mit Benzema, mit Kanté, mit Ndombele, mit Abwehrspieler, die einfach nur unfassbar stark sind. Lorim-Tor, das ist einfach nur Wahnsinn. Dann eben die Franzosen auf 1, Portugal 2, Deutschland 3, Ungarn 4. Und dann muss ich hier noch 4 auswählen, die, ich denke, weiterkommen. Schweiz und Deutschland auf jeden Fall kommen weiter. Das sind halt die 4 Besten. Wahrscheinlich von der Trotte-Frenz oder je nachdem, Punkten, keine Ahnung. Und dann würde ich mal sagen, die Dänen und die Schweden kommen noch weiter. Dann können wir jetzt auch direkt weitermachen mit dem Achtelfinale. Genau, da geht es einmal Belgien gegen Schweden, da kommen ganz klar die Belgier weiter. Türkei, Österreich, kommen die Türken weiter. Frankreich, Schweiz, kommt auch safe sicher Frankreich weiter. Kroatien, Polen, kommen die Kroaten weiter. Dann Spanien, Dänemark, sage ich Spanien. England, Portugal, definitiv England, ist ganz, ganz klar. Dann die Holländer gegen Deutschland. Ich traue es den Deutschen zu, aber ich, ah, ah, ich tue mir halt wirklich schwer. Ich sage mal die Deutschen und hier unten Italien, ganz klar. Viertelfinale, Belgien gegen Türkei. Die Türken kommen weiter, ich sage es euch, die kommen bis ins Halbfinale. Die könnten sogar die EM gewinnen, mal schauen. Frankreich, Kroatien, ganz klar, kommen die Franzosen weiter. Spanien gegen England. Spanien hat halt voll viele Spieler nicht dabei, die von Real Madrid kommen. Kein Ramos, kein Cavaral, kein, was gibt es denn da noch, Isco, Vazquez, die ganzen Spiele. Das ist halt Wahnsinn, was die alles nicht dabei haben. Deswegen kommen für mich auf jeden Fall die Engländer weiter. Ich kann doch Deutschland nicht so weit machen. Deutschland kommt nie im Leben ins Halbfinale. Ne, ich muss Holland weiterlassen. Holland und Holland kommen ins Halbfinale. Und jetzt wird es schwer. Also hier bin ich ganz easy, England kommt ins Finale, aber hier oben. Türkei gegen Frankreich. Türkei gegen Frankreich, Leute. Türkei gegen Frankreich. Ich will gerne die Überraschung machen mit Türkei, aber die würden doch nie im Leben gegen Frankreich gewinnen. Wahrscheinlich dieses View Details. Ah, genau, das ist das. Okay. Ich sag, die Franzosen kommen weiter. So, Finale, Frankreich gegen England. Es wäre halt einfach zu sagen, dass Frankreich die EM gewinnt. Komm, Jungs, ich mach's, wie ich sag. England wird für mich Europameister. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Ich sag, England wird Europameister. Geiles Team. Frankreich natürlich auch geiles Team. Ist ja keine Frage, also. Aber ein bisschen Überraschung wäre halt schon schön. Jetzt können wir hier nochmal, ich hoffe, ihr seht das. Ähm, dann im Video. Vielleicht kann ich nochmal eins größer machen. Ja, mehr oder weniger. Na, wobei geht nicht, ja. Äh, hier habt ihr dann meine Ergebnisse. Und da will ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, könnt euch gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt mal gerne schreiben, was ihr denkt, wer, ähm, EM-Sieger wird. Oder allgemein, was ihr so getippt hättet, würde mich gerne mal interessieren. Will ich sagen, haut rein. Bis dann. Und tschüss.